Hallo, Schut hier. Heute ein kleines Infovideo zu den Einsteigertipps, die ihr wolltet, zu den ganzen Videos. Ich hatte da jetzt mal eine Liste erstellt und wollt ihr euch mal vortragen, ob ihr noch irgendwas wollt. Also ich fang gleich mal an, also die Videos, was die beinhalten sollen. Einmal der Anfang, Charlerstellen, Namen wählen, Rasse wählen, die ersten Level. Dann noch ein Video, Fertigkeiten, Tipps, Leveln und Farmen, Ausrüstung, also Equipment und Quest. Farmen, Shop öffnen, Gang machen, von Level 1 bis 75. Leveln und Farmen gleichzeitig, wie geht das? Quest, Heiraten, Pferdequest, Biologenquest, Gilden, Schutz, Sicherheit, Accounts plus Infos. Muss man Geld investieren? Wo finde ich immer Hilfe? Verhalten, Regeln, Eckverbesser und Steine im Eck. Welches Equipment für welches Level? Was ist wichtig am Equipment? Freunde, Werben plus Lehrlingsfuhr, was ist das? Was bringt das? Welche Klasse hat welche Fertigkeiten? Meine Meinung zur Skillung der Fertigkeiten und Statuspunkte. Taustränke, Blüten, andere Items. Dann noch ein Video mit Maps, Mobs, Drops. Also wo auf welcher Map welche Mobs sind und was er da droppt. Appen, DT-Bahn und die Möglichkeiten. Durch Skype, TS3, also Freunden wird man dadurch besser. Mit welchem Level wo leveln. Events ausnutzen. Das nervige Langsamlaufen, wie laufe ich schneller? Und mit dem Fensterformat richtig einstellen. Das sind jetzt so die ganzen Videos, die ich machen will. Und wenn ihr da jetzt noch irgendwas habt, was ihr erklärt haben wollt, schreibt es mal in die Kommentare und dann mache ich das auch noch. Alles klar, haut rein, bis zum nächsten Mal.